Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf Twitch Clips Germany und 1,2 Promille. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Und ja, das ist Folge 205 und ihr findet den Original-Link wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Ich muss mich nochmal angucken. Das fand ich ein bisschen gruselig. Ich finde es auch. Dann kommt leckerer Kachasa, ACL. Naja, kann ich nicht gucken. Kann ich immer lächeln? Oh, ist laut! Es hat ein paar Hongstans, Chad. Ich wäre dabei. Ja, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Das Niveau wird jetzt nicht besser. Genau, auf die Musikknochen. Oh, Musikknochen ist ultra unangenehm. Oh, da muss ich mal weinen so ein bisschen. Also wirklich jetzt. Was ist das für ein Tanz? Kann ich dazu tanzen? Nein. Will ich das? Nein, muss ich? Ja! Okay. Sehr gut. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin in der Kiste. 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 Was? Hilfe! Was? Was ist das? Ich bin in der Kiste. Ich bin in der Kiste. Ich bin in der Kiste. Alter, was? Oh Gott. Ich kann das alles nicht mehr, ne? Scheiße. Oh, warte. Guck mal. Das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich noch nicht geschafft, ey. Geil. Ja. Die Pferde sind aber auch mies, ne? Die Freien, die sind echt fies. Oh mein Gott. Okay, look at this, look at this, look at this. Ah, oh Gott. Komm, die zur Anstalt. Es gibt einfach so Leute, ist das eigentlich zu laut oder geht das, Chat? Nur kurz als Frage nebenbei, ne? Ähm. Ich schwöre, es gibt einfach, es gibt einfach Leute, die spielen so krass Valorant, dass ich mich einfach nicht mal mehr traue. Wenn minimal leiser wäre, gut. Okay, dann war ich ein kleines Tickchen leiser. So. Es gibt einfach, es gibt einfach Menschen in Valorant, die verstehe ich nicht, dass sie so gut spielen können. Wirklich, weil ich, also ich traue mich seitdem das Spiel einfach nicht mehr anzufassen. Ihr seht ein bisschen was. Ich hoffe, ihr kennt ein bisschen was. Das macht die echt gut. Das macht die echt gut. Also erstmal die Klammer. 8 plus 2 sind 10. 3 mal 10 sind 30. 10 plus 1 sind 11. 30 geteilt durch 11? Hä? Ne. Ne, stopp, stopp, stopp. Das ist keine Klammer. Stopp! 10 durch 10. 10. Mann, ich bin genauso blöd wie vor einer Woche. Boah, ich werde aber auch aufgeschmissen, muss ich echt sagen. Also scheiße. 3 mal 1 ist 3. Plus 1 ist 4. Vor allem letzte Woche habe ich es besser gelöst. Ich bin dümmer geworden. 4, 4, 4. Ich habe einfach tatsächlich, ich habe, ohne Scheiße, ich habe tatsächlich, also ich werde auch aufgeschmissen, ey. Also das mit der Klammer würde ich noch hinkriegen. Oder dann wäre ich lust. Was soll das? Wie ist dieser Mann durchs Mathe-Abi gekommen? Ich habe, in meinem Abitur hatte ich kein Abi. Und als ich dann, als ich dann, äh, im weiten Feld eine rote Ampel gesehen habe und dachte, das ist ein Auto von hinten, da habe ich gedacht, jetzt musst du mal zum Optiker und musst mal hier, äh, die Dings überprüfen lassen. So, und dann haben wir die überprüft und dann waren das minus 1,1,2 Promille zusätzlich. Und da hat er, da hat auch der Optiker gesagt, also irgendwas stimmt da nicht, gehen Sie mal zum Augenarzt. Oh. Mein Gott. Okay. Ich hoffe, ich habe noch ein Pokémon-Center hier demnächst. Oder irgendwas, womit ich meine Pokémon heilen kann. Ist Colosseum das Remake gewesen? Ich denke mal, TBS 1,2 Kamille. Ja. Das ist das hier komp- Das kann nicht sein! Ich heile meine Pokémon! Und fünf Sekunden später ist hier eine Heilstation! Nee. Pokémon verarscht. Steht da links close, links close. Links, links, links. Links, 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 links. Oh, ja gut. Dad! Das war voll gut, ey! Uff! Okay! Aber dass der andere das auch nicht geschnallt hat, heftig. Okay. Lol. Der hättet ja einfach abstechen können auf gut Deutsch. Holy moly. Okay. Lol. Wow! Sie ist so ausbalanciert, dass sie ihre Arme hoch... Pause. ...die Beine auch weiter unter mich nehmen. Pulspring. Das finde ich so wild einfach. Okay. Okay. Du musst dich jetzt da drauf setzen auf die Knie. Okay. Und jetzt unter die Achsel. Und dann mach ich hoch. Jetzt geh ich weiter. Ja, du musst weiter nach hinten. Du musst richtig nach hinten. Guck mal. Damit ich hochkomme. Warte. Ey, das können Blondie und ich nicht machen. Das können Blondie und ich einfach nicht machen. Also, es tut mir leid, ne? Aber nachdem ich weiß, wie viel... Wie viel Sport die Frau gemacht hat, weiß ich, dass die wahrscheinlich keine Körperspannung hat. Du brauchst ja Körperspannung, um das hier zu halten. Ich mach ja den Part wahrscheinlich... Ey, siehst du das nicht wahrscheinlich, ne? Labarabarber, ey. Weißt du, wie viel Körperspannung? Am Arsch bist du und ich hab stärkere Beile. Ich hab... Du glaubst doch nicht. Also, ich bitte dich. Also, nimm's mir. Also, Blondie, ne? Ich will dir wirklich nicht wehtun, ne? Also, aber... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht glaube, ne? Aber ich glaub schon nicht, dass wir das schaffen. So, I guess. Ähm... Ich glaub, wir kriegen das nicht hin. Es tut mir so leid. Ich guck mal einfach weiter. Ja. 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 Wir haben's. Nein. Bleib wirklich richtig... Ja. 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 Ey. Ey, Blondies. Es tut mir leid. Ich hab so Trust... Trust Issues. Wirklich. Du lässt mich fallen. Ich schwöre, du lässt mich fallen. Das ist nicht in Ordnung. What? Ich hab Trust Issues. Was? Da war irgendwas im Wasser. Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! 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 What the fuck, Alter! Ich will dir wirklich diese Geschichten erzählen, die ich sonst nie erzählen kann. Guck mal, ihr Spielzeug. Tschüss! Bleib! Weiche von mir! Nicht abutieren! Nicht abutieren! Boah, Alter, diese Katze, ne? Übrigens, meanwhile liegt meine Katze seit... 5 Stunden oben auf dem, äh, oben auf dem Regal und ignoriert mich. Das Omen! Gott! Ich krieg die Melodie leider nicht mehr auf dem Schirm. Guck mal auf YouTube, da werdet ihr es noch finden. Oh, Charlie! Willst du erst mal reinkommen? Macht einfach die Tür auf! Lol! Boah, Alter, ey, wer meint ihr das könnte, ne? Da hätte ich echt ein Problem, um Gottes willen. Ach du Scheiße, okay. Monte! Ah! Du Stück Scheiße! Das hab ich nicht gesagt, Monte! Das hab ich nicht gesagt! Das war meine Nerd! Ich habe nur was aus dem Chat vorgelesen! Well! Ähm... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Chat hört jetzt nicht hin, aber ich find auch ein bisschen, dass dieser Chat nicht so talentiert ist, wenn's ums Klippen geht, ne? Wir haben teilweise so witzige Clips hier drin, ne? Aber Chat... Chat clippt immer nur Scheiße. Aber sag's ihnen nicht weiter, sonst sind sie gleich wieder beleidigt. Ja, wir haben seit heute Katzen-Emotes. Also, ich will mich da jetzt nicht anschließen, ne? Ich will mich da jetzt nicht anschließen. Ich würde nicht sagen, dass Chat nur Scheiße clippt, ne? Also, da find ich das... Das kann man nicht so sagen. Hallo Bärin, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Chat einfach bei mir pennt und keine Clips macht. Meistens. Das ist der Grund, weshalb ich langsam bei TikTok an meine Existenzkrise bekomme, weil ich nicht genug Clips habe, um diesen Upload von jeden Tag an TikTok beizubehalten. Das macht mein... Also, langsam krieg ich wirklich ne Existenzkrise. Also, ich will nicht sagen, dass Chat doof ist. Ich liebe Chat, ne? Chat, also... Chat clippt manchmal auch Scheiße. Oder Chat ist einfach lost, wenn's darum geht zu clippen. Ah! Großartig! Ihr steht von alleine! Es ist so schwierig. Ey, das ist so schwierig, ne? Wirklich, also irgendwie hat dieses Spiel auch einfach so... ein, zwei Dinge drin. Da denk ich mir so, Digger, wer hat diese Dialoge gemacht? Das ist richtig. Let's go. Und jetzt kommt was richtig krasses und da war ich so... Boah, krass. Das ist richtig krass und da war ich so... Boah, krass. Ja, das ist sehr gut. Okay. Respekt an dich. Ich wär froh, wenn ich so ne innere Uhr hätte, ne? Mit was hast du? Ich wäre froh. Ich hatte schon... Seit ich auf der Geburt bin... Seit ich auf der Geburt bin. Das sind, glaub ich, zwei Sachen durcheinander gekommen. Oha, wie gut! Voll geil. Tschiggy! Aquaknache! Loll! Ahaha! Aber wir haben immer noch keine Wildtiere gesehen. Angeblich soll Wild jetzt auf den Straßen rumlaufen. Da, Meldung! Slow! Tiere! Au! Oh! Au! Au! Himmel! Guck! Er hat Bambi getötet. Er hat einfach b- Chat! Er hat einfach Bambi überfahren! Tiere! Hallo? Ist das mein Auto? Kann man das reanimal... Mein Auto! Hallo! Ah! Ich hab's gefi- Okay, und jetzt? Alter, was zum? Nein, das war die falsche Taste. Jetzt habe ich meine Waffe weggeworfen. Oh nein. Ja, einfach. Oh Gott, die Waffe ist bis nach Timbuktu geflogen, Leute. Ich sage es euch. Geil. Richtig gut. Ich freue mich schon darauf, dass wir morgen bei der Spielsburg. Das ist Spock. Von der Zip-Line. Ich habe zwei Tags. Ich habe meine Zip-Line, ich habe sieben Tags. Ich habe sieben Tags. Ich habe sieben Tags. Ich habe sieben Tags. Ich habe sieben. Ich habe sieben. Ey, ganz. Also, wie kann man denn alles treffen? Heilige Scheiße, GG. Was passiert hier? Wow, einfach nur krass. Einfach erblindet. Oh, fuck. Sekunde, Sekunde. Oh. So, jetzt können wir paint. Live-Ponation. Wunder, wie schön wir? Warte, warte. Den haben wir heute schon gesehen. Den finde ich witzig. Den finde ich cool. Das finde ich wirklich insane. Aber ich finde es auch irgendwie geil. Wo hierhin gefetzt. Gerade gar nicht, wo Sarah ist. Was hat sie da im Gesicht? Mit der Papa. Ach, die habe ich... Hatte ich möglicherweise auf, meine Brille. Wir haben aber einmal in Dixi-Klo umgeschubst. Das ist in der Sprunggrube unserer Schule gelandet. Und dann hatten wir leider keinen Weitsprung mehr. War sehr schade. Das ist ja total blöd. Also, boah, warum war ich nicht so schlau damals? Wahrscheinlich, weil ich keine Dixis umschubse. Aber das ist ja richtig Mist. Boah, das ist wie schade. Wirklich. Also, Anne, wie schade, dass ihr nicht mehr Weitsprung machen konntet. Das ist ja wirklich einfach nur Mist, ey. Aber das ist ja total blöd. Also, ich fühle es sehr... Live aus der Frankfurt-Arena. Die Erste und Einzige. Ani de Doe! Lol. Halt, was passiert denn da? Oh mein Gott! Was? Direkt attackiert von den Kontrahentinnen. Milchbaum und Jen interrumpten den Einlauf von Ani de Doe. Mauki kommt zur Hilfe. Und ein wildes Gerange. Es findet direkt statt, meine Damen und Herren. Da wird nicht mal mehr der Einzug bei den Frauen gegönnt. Ja, der ist wieder abgehoben. Also, zahl. Nein! Wir brauchen davon einen Kling. Hat sie gerade das wieder zurückgespuckt? Ja, der ist wieder abgehoben. Also, zahl. Oh, da hat die auch letztens jemanden, der das einmal wieder zurückgespuckt hat. Baa! Ey, dann schluck doch bitte mal nicht diesen jetzt her. Ah, das ist so wild. Aua! Kannst du auf... Hey! Nein! Juhu, wir sind hier jetzt gerade auf Twitch live und haben eine Challenge verloren. Deshalb müssen wir eine halbe Zitrone jeder essen. Damit es nicht ganz so schlimm wird, habe ich schon mal die Schale abgemacht. Die müssen wir ja nicht mitessen. Ich wünsche uns beiden guten Appetit. Cheers! Das wird so eklig. Einahme. Hast du schon ganz weg? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Zitrone essen so schlimm fände. Ich weiß es nicht. Weil, also ich kann verstehen, wenn andere Leute das nicht können, aber ich schiebe mir auch regelmäßig diese ganzen Ingwer-Schutz und so rein. Also... Hat sie doch gerade gesagt, Mavik. Äh, die nächste Herausforderung beim Thema Gelenklichkeit, ne? Das sah schon ganz gut aus. Boah, nee, Digga! Oh nein! Hier ist Nummer zwei. Also, Chet, ne? Ich habe mir heute Morgen beim Sport ganz blöd den Rücken gezogen. Also, das ist so blöd jetzt gelaufen, ne? Schade. Also wirklich, wirklich, wirklich doof. Ich frag mal meinen, ich frag einfach mal meinen, äh, meinen, äh, Chiropraktiker, ob ich das in der Zukunft machen darf. Aber heute habe ich mir ganz blöd den Rücken gezogen. Ja, oder ich frag mal Stefan, ob er das macht, ne? So. Und jetzt ihr. Ich würde das eigentlich gerne, ich probiere das nach dem Stream. Meine Flexibilität hört bei meinen Sportübungen damit auf, dass ich es nicht mal schaffe, den Fuß an meinen Arsch zu kriegen. Ich muss mal kurz ausprobieren, bevor ich hier scheiße erzähle. Aber immer, wenn ich so dieses normale Dingsen mache, ne? Ja, es geht... Aua, ich hab'n Krapfen. Oh mein Gott, so unangenehm, ey. Und alle anderen Streamer so, yo, Leute, wir können das. Wir können wirklich... Alle anderen Leute so, guck mal, was wir alle können. Und ich bin so... Ey, keine warme Luft zum Stinken bringen, Alter. Voll geil. Das ist shit. No. Boah, Alter. Oh, okay. Okay, jetzt ist es fein, nicht wieder hochzukommen. Richtig, ich glaube. Aber ich werde auch flexibler. Ich kann mittlerweile den Skater machen, also die Skaterübungen so. Das war der schönste Schuss meines Lebens. Einfach... Ist das nicht ein bisschen real, wenn da so einer rumsteht, der so komplett eskaliert und mittanzt und der Rest ist so... Yo, wir chillen am Lagerfeuer. Es gibt immer diesen einen Freund, der komplett übertreibt beim Saufen, ne? Es ist wirklich schlimm, einfach nur. Selbst in Red Dead. Voll gut. Wir können ja trotzdem hier einfach so einen Ring noch bauen mit einfach noch ein paar Sachen. Ich meine, selbst wenn die nicht so gut laufen. Ich meine, unser Geld ist okay. Ach komm schon. Oh mein Gott, okay, ciao. Ich bin sehr gut, tatsächlich. Oh, ich wäre so gerne gut in solchen Spielen. Wirklich, ich wäre so gerne gut in solchen Spielen. Aber ich bin einfach kacke. Du... Ich weiß genau, was er sagen wollte. Ich weiß aber nicht, ich weiß aber nicht sagen. Lel. Nicht Toss. Na komm. Nein. Und er denkt so, bye, have a great time. Oh mein. Alter. Alter. Oh mein Gott. Soll ich deine künstlerische Muse werden? Wie kann ich dich beflügeln? Au. Scheiße, das. Ah, das war voll der Musik. Der Musik noch. Au. Fette. 58 Monate, mein lieber Scholli, Alter. Dankeschön für 58 Monate. Das sind... 28, 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 28. Warte mal, 60 Monate? Sind fünf Jahre? 98, 68, 68. Fast fünf Jahre? Shut the fuck up. Alter, geil. Die Enten sind halt... Mathe. Oh, Enten sind aber... Ey, ganz ehrlich, Enten sind scheiße gruselig. Also, just saying. Enten sind scheiße gruselig. Oh mein Gott. Okay, wenn Party entweder explodiert ist oder es hier reingeschafft hat, dann gucken wir noch mal, ob der... Ihr könnt alle jetzt noch mal den Björn rufen. Wenn der da nicht da ist, dann drück ich noch mal. Das ist ein cool Trick. Warte mal, du machst das nicht mit Absicht. Tschüss, Party. Okay, Loll. Das funktioniert sehr gut, glaube ich. Das hat sehr gut funktioniert, ja. Ich bin in Gefahr. Ja, doch. Hallo, die ist bestimmt irgendwo unten aufgekommen. Da hätte man sich mal trub machen können. Handschuhe ausziehen. Ach, du Scheiße. Ballert er jetzt schon? Ach, du Scheiße. Das verstehe ich nicht. Also nicht, weil ich das nicht verstehe, was er da tut, sondern weil ich diese ganzen Schärfe-Challenges mit... Ich futter was, was einfach... Also, nee, das kann ich nicht abhaken. Oh Gott. Oh, fuck. Oh, das war's. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Hallo, schwarzer Wappler. Ein wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Stell dir vor. Was erzähl ich für ein Quatsch? Das ist überhaupt nicht wie im Real Life. Im Real Life kriegt man ganz schön viel Schaden, wenn man ins Wasser fällt. Naja, ey, 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 halt, stopp, ne? Es ist weniger Schaden, wenn du im Real Life ins Wasser fällst, als wenn du einfach auf dem Erdboden aufkommst. Ungebremst. Profi-Tipps mit Zähchen. Schrieg mich aus hoher Höhe ins Wasser. Don't do that! Ich hab' not genommen. Auf. Jaja. Im Bedarfein ist nochmal Body. Äh, naked behind me. Äh, a front of me. Gib me, gib me, give me, a front of me. Lass, lass, lass. I have no weapon. Das kannst du auch noch. LOL! Dankeschön. Manchmal sind die schon hilfreich. Manchmal helfen die einem so. Das ist ziemlich witzig. Ja, ich finde das gut. Okay, sorry. Guten Morgen. Sie hat sie mit Brokkoli angespritzt. Ich glaube, ich wurde gerade getauft. Oh mein Gott, Leute. Das war way more than I've expected. Oh mein Gott, ey. Ich frage einfach mal, ChatGPT, Chat, soll ich aus Steuersicht lieber jemand Reicheres heiraten oder jemand Ärmeres? Ist eine persönliche Frage und sollte nicht ausschließlich... Oh mein Gott, ich wurde gerade so krass von ChatGPT gehandelt. Was wurde sie? Was wurde sie? Keine Ahnung, geampelt? Die Entscheidung, wen du heiratest, ist eine persönliche Frage und sollte nicht ausschließlich auf steuerlichen Überlegungen beruhen. Oh lol. Guck, guck, guck. Ich drehe schon einfach. Ich habe nichts im Gesicht, warte schon. Okay? Alles gut, alles gut. Okay, mach ich, ich war einfach so. Guck. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich weiß nicht, warte. I love what the fuck, ey. Du siehst aus wie du. Ich sehe voll hässlich aus und so hässlich sehe ich aus wie ich. Ey, ohne Scheiß, du siehst aus wie ich. Das so sehe ich doch nicht aus, Pan. Du siehst einfach aus wie ich. Was habe ich denn für, was, was habe ich denn für Schuld an, Pan? Ich schaue, dass du keine Schulbub. Du siehst vom Gesicht genau so aus wie du. Es ist ohne Scheiß. Also da war mir der Vergleich mit Fleckenhufe aber schon viel lieber als der. Warum sehe ich da? Das ist nicht wahr. Kimi, sag mal Sonnenuntergang ohne die Lippen zu berühren. Sonnenuntergang. Alter, was? Ich lasse jetzt einfach da rein. Okay. Dann bringen sie einfach so um. Okay, ich kenne das Spiel übrigens so gut, ich dachte gerade, es geht um Skyrim. Das ist nicht geplant. Aber den Dramen finde ich cool. Die armen Stäbchen, ja schon. Hi Missing, by the way. Nicht mehr lange und es wäre dir entgegengekommen, dass ich das nicht geriecht habe. Ich habe wirklich, ich habe wirklich vor ein paar Tagen gedacht. Ich habe wirklich vor ein paar Tagen gedacht, ich, mein Zimmer wäre schimmelfrei. Oh mein Gott. Äh, ja Entschuldigung, Herr Müller. Ja, sorry. Ja, so, ah, die ganzen Deutschlehrer im Chat. Tut mir leid. Chat, ich muss euch mal loben, ne, dass ihr nicht solche, dass ihr nicht solche, solche. äh, Grammatikmenschen seid, ne. Das finde ich schon ganz toll von euch, wirklich. Also, dass ihr mich einfach dumm sein lasst. Das finde ich sehr, sehr schön. Dankeschön dafür. Dankeschön. Toro macht jetzt eine Mutprobe. Ich schaue mir jetzt kurz das an. Und wir müssen jetzt Toro sagen, was er tun soll als Mutprobe. Und wir schauen an, ob er sich traut. Okay, Toro, ich will jetzt, dass du in den Stream reingehst, die Hand, Zwiebeln, eine Handvoll Zwiebeln nimmst, so in den Mund machst und machst und machst und dann gehst du einfach wieder. Ähm, wir haben angeritzt und eine große Schüssel mit kochendem oder heißem Wasser übergießen. Ja, und worauf ich richtig Bock habe, Zwiebeln. Warum hat er das gemacht? Mh! Grinsekatze! Dankeschön. Vielen Dank, Grinsekatze. Ich würde es auch tun, Alter. Ich würde es einfach auch tun. Ich wäre auch so. Ich würde es auch, Mann. Ich würde auch. Mann, ich will mit Streamer zusammenwohnen. Ich will auch doof sein. Ich will auch Leute nerven. Also, jetzt mal for real, ne. Ich will wirklich, Leute, nerven. Ich habe richtig Bock da drauf. Hm. Für 2.105 Bits. Eine merkwürdige Zahl, bin ich ganz ehrlich. 2.105. Die Katzen sind nichts Spannendes. Meine liegt nur da oben. Und ich finde es toll, weil ich mir eigentlich dachte so, ich habe vielleicht eine tolle Streamkatze. Also, die machen das wenigstens richtig. Die liegen in der Kamera. Ossi, so musst du das sehen. Die liegen zumindest in der Kamera und wissen, was ihr Job ist. Meanwhile, liegt meine einfach da oben. Ich bin so traurig, ey. Das war auch mal eine Streamkatze. Das war ja gemein. Moon! Dankeschön, Moonly, für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. 21. Lull. Ihr Geburtstag, wir sind heute Geburtstag. Lely. Sehr geil, okay. Okay. Ja, es war mir ein Vergnügen, heute mit euch zu streamen. Wir sehen uns morgen wieder. Denn heute muss ich leider wegen Dummheit offline gehen. Geil. Kannst du deine Brille kurz abnehmen, bitte? Nein. Ich würde nur sehen, wie du ohne Brille aussiehst. Nein. Bitte. Ich würde nur sehen, wie du ohne Brille aussiehst. Oh, jetzt kapier ich das erst beim zweiten Mal sehen, dass sie ihm das eigentlich ins Gesicht hauen wollte. Leute. Willst du f... Die war heiß. Jako, ich will das Pokéball-Waffeleisen haben. Ja, ich will das haben. Also, als Domina hast du zu viel Spaß. Alter, was? Hä? Was? Du hast zu viel Spaß. Es ist ein Klicker, Leute. Das ist so unglaublich weit von der Realität entfernt, wie wenn ihr euch zu einem Porno einen runterholt, dann seid ihr genauso nah an einer Frau dran, wie das hier nah an der Realität zur Domina ist. F***. Digga, was war ich da gerade sehen? Ich muss nicht wissen, Alter. Ich kann nicht mehr. Ach, du Scheiße. Gibt es keine Idee? Ich will dich nicht verletzen. Ja? Nein, gleich einmal essen. Digga, wie atme ich wie so ein Schwein, Alter. Wirklich. Was ist denn falsch mit dir, Junge? Oskar, anscheinend gibt es irgendwelche Meinungsverschiedenheit zwischen euch beiden. Dann setzt euch doch mal zusammen an einem Tisch. Vielleicht streamt ihr das sogar und versucht alles beiseite zu räumen. Aber dieser Koststream ist schon langsam genug, wenn du nicht mit mir erst irgendwie um zwei Uhr in der Früh und Jens zum See fahren willst, dann versuch jetzt gefährlich die ganze Scheiß-Angelegenheit mit dir persönlich zu klären. Hör mal zu, mein Freund. Gerade von dir bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Du hättest da eben mal was sagen können in der Situation. Das wäre deine Aufgabe. Ich werde definitiv Milchraum nicht ins Wort fallen, Alter. Die ist irre. Weißt du, was die für einen Content macht? Die verteilt Pupsküsse, wenn irgendwelche Subs reingeflattert kommen. Mann. Ich liebe alles daran. Hörst du also nicht weinen, deine Gesundheit, Games. Ach Quatsch. Ich bin keine lichtempfindliche Epileptikerin. Von daher geht das. Was ist so jetzt? Oh, nee. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und wie ich die Scheiße sofort wieder raushalte, das kannst du mal ergänzen. Das war auch das Ding mit dem Ding, sie das da klopfen. Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran. Wirklich. Ah, nee. Furchtbar. Was? Maybe du hast mir gar nichts zu sagen. Wenn ich das rausnehmen will, nehme ich das raus. Und dann erfreue ich mich meines Lebens, dass mich niemand mehr nervt. Oh nein. Guck mal, er hat einen Kackhaufen oben auf dem Auto. Jetzt hänge ich hier zwischen. Ey, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Du hast mich angreifen. Ja, ich sehe es schon. Das ist eine Mimic. Mimic. Warum mache ich das denn auf eigentlich? Warum bin ich eigentlich so dumm? Chat, die Kiste brauche ich. Die stelle ich dann dahin, wo immer Leute langlaufen, die ich nicht mag. Ich brauche das. 2XL ist schon nochmal. Also Chat, jetzt mal no joke. 2XL ist schon nochmal was anderes als S, oder? Es ist schon nochmal um einiges größer. Und ich dachte mir so, fuck it. Ich nehme es auch in XL. Schön. Das war genau falsch rum. Lell. Oha. Chat, sie hat sich versprochen. Sie hat gesagt, dass es größer wäre als XL. Also 2XL. Ich klacke. Ich war gerade nicht wogen. Als Klackerin? Ja. Tschüss. Merk mal alle tschüss. Tschüss. Jade sagt mal tschüss. Das war lustig. Das war lustig. Ich hoffe, Jade sagt jetzt tschüss. Ja, sonst bin ich ein bisschen traurig. So tschüss YouTube-Chat. Das wäre doch mal was. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und vielen Dank, falls ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Und ein Abo nochmal auf dem Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war diesmal lauter. Ich hoffe, das Video war diesmal lauter. Und angenehm für eure süßen kleinen Zuckeröhrchen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Toodaloo. Toodaloo. Toodaloo.